Gmunden am Traunsee. Das Flair dieser wunderschönen Stadt im Salzkammergut ist unverwechselbar. Das Zentrum bietet wunderbare Shoppingmöglichkeiten und in den Cafés wird man mit Köstlichkeiten verwöhnt. Am Westufer Gmundens erwarten Sie das berühmte Seeschlossort oder die historische Altstadt. Am Ostufer finden die Gäste gleichermaßen Erholung und Abenteuer. Aber wie kommt man nun am besten ans Ziel? Ganz einfach, bei sämtlichen Stadtentfahrten finden Sie übersichtliche Verkehrsleittafeln. Achten Sie bitte darauf, ob sich Ihr Ziel am West- oder Ostufer befindet. Egal aus welcher Richtung Sie kommen, über die Umfahrungsstraßen gelangen Sie rasch und einfach überall hin. Im Stadtzentrum befinden sich eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten, sowohl am West- wie auch am Ostufer. Die Altstadt mit den vielen Geschäften, Restaurants und Cafés ist von überall aus in wenigen Gehminuten erreichbar. Und zwischen Toskana Park und Zentrum verkehrt ein Bummelzug. Also bis bald, denkt Munden, kommt an!